Hey Leute, in dem Video erfährst du mal, was du machen kannst, wenn deine Tür einfach nicht offen stehen bleiben möchte und immer von alleine auf bzw. zu geht. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In den seltensten Fällen ist der Türrahmen hier oben schuld. Dieser wird eigentlich immer waagerecht bzw. senkrecht eingebaut. Die Tür hingegen ist schon öfters das Problem. Diese setzt sich vorne nämlich mit der Zeit meistens etwas runter und dadurch verlagert sich auch der Schwerpunkt von dieser Tür hier. Und somit müssen wir diese jetzt wieder richtig einstellen, dass sie vorne leicht nach oben geht und der Schwerpunkt schön in der Mitte ist und die Tür dadurch natürlich sich nicht immer selber öffnet bzw. schließt. Hierfür öffnen wir unsere Tür am besten einmal und dann heben wir diese auch schon vom Türrahmen heraus. Als nächstes die Tür sicher abstellen und dann schauen wir uns einmal das obere Band hier genauer an. Dieses lässt sich mit der Hand locker rein bzw. raus sehen und wenn wir dieses jetzt im Uhrzeiger sind, zum Beispiel eine Umdrehung rein drehen, dann geht unsere Tür vorne etwas nach oben und wenn wir das Band hier eine Umdrehung raus sehen, geht die Tür vorne etwas nach unten. In meinem Fall muss ich jetzt einfach einmal eine Umdrehung das Ganze reinschrauben, dass die Tür vorne etwas nach oben geht und jetzt hänge ich diese auch schon wieder ein. Hierfür empfehle ich einen Fuß unter die Tür zu tun und dann kann man nämlich auch schön schauen, dass die Tür wieder sauber eingehängt wird. In meinem Fall hat sich die Tür vorne jetzt etwas noch gehoben und dadurch ist auch der Schwerpunkt von dieser Tür wieder schön in die Mitte gewandert und die Tür bleibt genau an der Stelle, wo ich sie mal haben möchte. Wenn das Problem bei dir jetzt trotzdem besser geworden ist, empfehle ich dir die Tür nochmal auszuhängen und vielleicht noch eine Umdrehung rein zu gehen. Wenn es jedoch schlechter geworden ist, das merkt man normalerweise relativ gut, dann Tür auch wieder aushängen und genau in die gegengesetzte Richtung einmal drehen und natürlich wieder das Ergebnis anschauen. Wenn das Einstellen bei dir zu Hause nichts gebracht hat, können wir auch noch schauen, dass wir hier die Reibung bei diesen Bändern erhöhen, also dass der Widerstand stärker wird und sich die Tür dadurch nicht mehr so leicht öffnen lässt. Hierfür die Tür wieder aushängen, dann am besten mal diese Kappe hier bei unserem Türrahmen runternehmen, wenn es bei dir zu Hause jetzt nicht funktioniert, ist es auch nicht schlimm, denn die Anleitung funktioniert trotzdem. Und dann einmal einen Tesafilm zur Hand nehmen, hiervon etwas abreißen und so circa zwei bis drei Umwicklungen an diese Plastikkappe ran machen. Dadurch wird nämlich diese Plastikkappe etwas dicker, die Reibung erhöht sich natürlich auch und somit sollte die Tür jetzt nicht mehr so leicht auf bzw. zu gehen. Die Kappe danach wieder aufsetzen, dasselbe Spiel eins darüber natürlich auch machen und dann unsere Tür wieder einhängen. Die Tür sollte jetzt auf jeden Fall stehen bleiben und nicht mehr von alleine zu bzw. aufgehen und wenn es bei dir zu Hause immer noch nicht der Fall ist, Tür aushängen, etwas mehr Tesa rummachen und Tür wieder einhängen. Und somit haben wir auch schon das Problem gelöst, dass sich unsere Tür immer automatisch zu bzw. aufmacht. Wenn du dir für zu Hause jetzt so einen Tesafilm oder so einen speziellen Abroller zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Unterschieden hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen.